Hallo. Kann ich etwas für Sie tun? Ich bitte um Aufmerksamkeit. Mein Name ist Regis Patoff. Ich biete einen einfachen Service an. Mein Zweck ist es, das Business zu verbessern. Wenn es Ihnen hilft, mich als Monster zu sehen. Sei es drum. Wir arbeiten für einen Soziopathen. Ich freue mich sehr darauf, Sie alle persönlich kennenzulernen. Guten Tag, guten Tag, guten Tag. Danke für Ihren wichtigen Beitrag zum Erfolg. Sie werden geschätzt. Das war's.